herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gambling so im vorfang schonmal sorry ich bin leicht erkältet vielleicht könnte sein dass ich huste oder dies in den beiden ja ich habe meinen hangar wieder ein bisschen umgestellt was ist umgestellt ich habe die mechs gelassen ich habe nur die waffen geändert bei ihn habe ich jetzt hier einmal die voltage rpg und hier nur die rpg er hat die waffen behalten diese pulskanonen er hat die raketen behalten die ja viel racket er hat den long arm behalten und hier wurde auch wieder geändert ich habe ihnen jetzt einmal die termalays land 2 und termalans 6 gegeben weil ich die vierer schon komplett ausgebaut hatte kommt nämlich jetzt andere sachen die ich noch weiter aufwärtig kann gut dann will ich jetzt mal loslegen mit einer runde oder mit drei wettbewerben die erste runde fängt an übrigens das ist jetzt hier eine neue arena wir starten mit denen gestern war auch schon eine neue arena jetzt ist auch wieder eine neue arena hier kann man runterfallen stellen wir doch nicht im weg meine güte noch mal das war weg ich musste daran auch okay mit denen nicht mehr so dann nehmen wir jetzt das shadow hier ist so okay konzentration ist nicht so gut bei mir ist glaube ich normal wenn man krank krank ist aber ich glaube die war auch noch nie so richtig gut bei mir schieß doch dahin down ist er die erste runde verloren gehen wir mal mit dem weiter drunter geht gleich die wand hoch hat ihr schon da weiter nehmen beinahe runtergefallen jawohl schnell durchgehen ok ha doch jawohl Rache! Mein Schild ist weg. Warten! So, schnell wieder in Schutz gehen. Ah, wieder verloren. Egal! Nächste Runde geht es weiter mit nicht Longarm mit den anderen. Ich finde die 12 Longarm, die ich habe, die macht ein bisschen wenig Schaden. Ich habe sie jetzt, glaube ich, noch nicht ganz auf das Höchste aufgelevelt. Aber wenn ich immer die 2 Sechser hatte, habe ich mehr Schaden gemacht, als wenn ich die 12 genommen habe. Also die 12 macht mehr Schaden gegenüber 1 Sechser. Aber weniger Schaden, als wenn ich 2 Sechser nehme. Gut, ich war der beste Spieler. Dann würde ich mir sagen, bis gleich in der nächsten Runde. Okay, die nächste Runde geht los. Die Runde 2. Wir fangen nicht mit dem Link rechts an, sondern bei Longarm den nächsten. Was ist denn das ist? MD! MD, los! Ein bisschen schneller fliegen. Die sind gefährlich, hier die Steine. Wenn die knistern. Dann kann man davon zerstört werden. Okay. Nice. Der macht zu viel Schaden. Ah! Hat man mich da nur erwischt. Na gut, jetzt fange ich wieder von rechts an. Huh? Heh. Hah! Ha! Ha! Rock the Seel. Na, ok. Dann gehen wir jetzt zum Shadow rüber. Shadow finde ich eigentlich ganz geil, weil er halt ziemlich schnell ist. Einziger Nachteil ist, er hält nicht viel aus. Ah, hab mich gerade so gefreut auf Heilung. Oh, da bin ich tot. Wenn er mich sieht und trifft. Was stirbt? Stirb? Geht doch. Was schön waffert der? Na, der Launcher. Ok. Jetzt kommt der dran. Was ich gerne mal ausprobieren möchte ist... Was passiert, wenn ich da oben drauf stehe? Ach, bin auch tot. Ok. Ich war ja gerade sowieso am verlieren gewesen. Daher ist es egal. Also wenn es rot wird und es geht hoch, stirbt man auch. Gut zu wissen. Jetzt... Welchen Platz habe ich gemacht? Schon wieder der beste. Das kann doch nicht wahr sein. Aber schlechter wie das schlechteste von den anderen. Und das ist ein Bot. Na gut, Digga. Bis zur letzten Runde. Viel Spaß. Ok. Und die dritte Runde geht los. Gerade ist am Ende der hier gestorben. Wir fangen mit dem Long Arm an. Mit dem Aris. Problem ist, ich muss hier rechts stehen auf der rechten Seite. Links kann ich nicht. Weil mein Gewehr auf der rechten Seite ist. Weil wenn ich links stehe, müsste ich immer hier ganz komplett rausgehen, damit ich schießen kann. Also, bei dem Spiel ist es auch wichtig, wo du deine Waffe installierst. Könntest du sagen, installieren? Ja, ne? Geht was? Geht was? Hm. Ja. Ja. Hier oben ist irgendwie nix los. Ich geh mal runter. Jetzt gehen sie hoch, ja? Die wollen mich wohl verarschen. Down. Boah. Warst du das nur einmal getroffen und fasst das ganze Leben weg? Jawohl. Jawohl. Noch zwei Kids abgezogen da. So, zum nächsten. MD. Ja, mit dem werde ich wahrscheinlich nicht so viel Glück haben. MD ist halt ein guter Helfer, aber halt mit den Heilen. Sonst kommt es halt noch drauf an, was für eine Waffe man mit denen hat. Ich finde jetzt... Die Waffe eigentlich nicht so gut für einen MD. Allerdings habe ich die genommen, weil ich da die eine Quest von habe. Da ist einer. Ah, schon da unten. Ich bin ein guter Waffe. Oh ... – Hey. ich bin schneller als du mach dir aber die anderen da alle kaputt da war noch ein anderer dazugekommen so da kommt er jetzt wieder dran hier was bei dir natürlich heftig ist das stunnen ja die letzte runde gewonnen so sollte es sein so ist es passiert 10 1 gut besser als ich gut dann schauen wir mal wie die wertung war ein paar quest fertig auch noch zwei spiele musste ich machen jetzt war ich der zweitbeste god of war besser gott sprach kam und siegte gut dann würde ich mir sagen das war es für heute ich sage dankeschön für zuschauer ich würde mich freuen wenn man nicht so viel spaß und was sehe ich in katar einer auf dem platz 167 gegen den gewonnen hat für eine lusche ok dankeschön fürs zuschau